Ja, die Leber ist natürlich ein Organ, die alles Gute, was wir in unserer Wohlstandsgesellschaft zu uns nehmen, also die gute Ernährung, fettreiche Ernährung, vor allem viele Kalorien, Süßstoffe, sozusagen alles umwandelt in Fett und dadurch belastet wird. Und dieses Fett lagert sich in den Leberzellen ein und kann dann zu einer Leberentzündung führen. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt sind Medikamente. Wenn es eben medikamentös toxisch bedingt ist, ist Ibuprofen die Nummer eins in Deutschland, die zu Lebertransplantationen führt. Also Medikamente, eigentlich fast jedes Medikament, das auf die Leber gehen kann und das Nebenwirkungen macht und übrigens nicht nur dosisabhängig, wie beim Paracetamol, kennt man ja aus der Kinderheilkunde und bei sich selber, da gibt es eine Grenze, wenige Gramm. Das ist klar, wenn man diese Grammzahl überschreitet, dann wird es gefährlich. Aber wenn man sich daran hält, ist es ungefährlich. Es gibt aber auch Medikamente, da reichen schon wenige Moleküle aus, wie gesagt, zum Beispiel Ibuprofen oder auch Novalgin, ganz neue Schmerzmedikamente und, und, und viele, viele Medikamente, die eben auch gefährlich sein können. Man kann ungefähr sagen, 40% der Bevölkerung in Deutschland haben eine Fettleber, die erstmal nicht so gefährlich ist und 10% von diesen 40% in der Bevölkerung entwickeln eine chronische Entzündung dieser Fettleber. Und die ist gefährlich, weil sie dann im Laufe der Jahrzehnte zu einer Fibrose oder Zirrhose führen kann. Also eine Fettleber ist im Grunde genommen reversibel. Man kann eine Fettleber heilen, indem man konsequent eben eine Gewichtsreduktion einhält. Eine Gewichtsreduktion kann sogar dazu führen, dass die erhöhten Leberwerte, wenn man also eine Entzündung hatte, erhöhte Leberwerte gleichgesetzt, dass sich diese Werte wieder zurückbilden. Seit Neuestem gibt es ja den Check-Up 35. Und in diesem Check-Up 35 sind auch die Leberwerte mit dabei. Und ganz neu auch die Hepatitis B und C Suchfunktion, weil man hat gesehen, in Deutschland, vor allem in Deutschland, gibt es sehr viele Menschen, die unentdeckt eine Hepatitis B oder C haben. Und das ist sicherlich sinnvoll, weil wie gesagt, man merkt wenig von Lebererkrankungen. Und das Labor ist hier der erste Weg. Und da kann man sicherlich einen Hausarzt ansprechen, auch schon in jüngeren Jahren, wenn man ein bisschen was auf dem Rippen hat vor allem. Oder wenn man Medikamente einnimmt oder man merkt, man hat einen Druck auf den rechten Oberbauch oder Müdigkeit, dann ist es sicherlich sinnvoll, mal zum Hausarzt zu gehen. Beide, also die C ist jetzt heilbar mit teuren Medikamenten, aber Erfolgsstory ein für sich, über 90% heilbar mit Medikamenten, die ca. 30.000 Euro kosten, aber sehr wirkungsvoll sind und sind sehr nebenwirkungsarm. Die Hepatitis B prinzipiell ist nicht heilbar, wenn sie mal da ist. Die kann man aber, wenn es notwendig ist, mit Medikamenten unterdrücken, sodass sie weniger gefährlich ist. Ja, es ist häufig unentdeckt. Die Hepatitis B und C können auch normale Leberwerte sein, also keine Leberwertehöhung. Und sie können trotzdem in sich ein Virus tragen, der unentdeckt ist. Und das Fatale daran ist, dass eine Hepatitis B, wenn die über Jahre läuft, oder eine Hepatitis C dann auch zum Leberzellkrebs führen kann. Das sind Erkrankungen, die da prädestiniert sind, die bösartige Tumoren der Leber verursachen können. Und das ist natürlich wirklich sehr traurig, wenn man das dann quasi im Endstadium, dann entdeckt erst die Hepatitis B oder C. Und wenn man die früh dann schon bekämpft und heilt bei der Hepatitis C oder die Aktivität durch Medikamente so drückt wie bei der Hepatitis B, dann kann man auch ein Leberzellkrebs im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, so lange dauert es dann schon, kann man das verhindern, also sehr wirksamt. Und in the clouds, and I'm all coming down.